äh, kannst du das Eichen-Upgrade irgendwie installieren? Ja, muss mal schauen. Ich fahr mal neben die Eiche, guck mal, vielleicht hast du's ja auch schon drin. Welche, wie viele Sterne hattest du? 20% mehr effizienter. Nein, wie viele Sterne? Für Kohlekraftwerke, hast du das schon eingebaut? Nein, nein, sowas hab ich noch nicht, glaube ich. Für Kohlekraftwerke mit 20% mehr. Bring's noch vorbei. Ted, äh, eigentlich hab ich das... Nee, ich hab's, warte mal, ich hab's nicht dabei. Äh, nee, oder? Hä, wo ist denn das Item jetzt auf einmal hin? Ah doch, hier ist es. Äh, das hat einen Stern. Passt das rein? Nee, nicht wirklich, aber. Hier, das hab ich was für die... Hydroelektrisches Kraftwerk, das muss auf jeden Fall drin bleiben. Das kann ich rausmachen, das braucht niemand. Okay, jetzt hab ich... Jetzt hab ich eins frei. Was brauchst du denn? Trefferpunkte plus 8% bei den Fahrzeugen. Das macht... Das macht keinen Sinn, nee. Dann machen wir lieber eine Barriere, so. Ja, hau einfach in die Arche. Ja, nee, ich kann nicht. Ja, aber fahr hin. Ja, ich fahr grad. Dann hau ich's in die Arche. So. Weil dann hab ich hier keinen Energiemangel mehr. Das wär echt mal ganz nett. Mhm. Ich bin aber auch gerade noch dann am Forschen von einem Besseren dann noch. Das kommt dann später vielleicht noch. So, bis bald da. Ja, es sollte bald ankommen, das Schiff. Das ist alles, weiß ich nicht. Irgendwie ekelige Ökobilanz. Ja. Das ist bestimmt vom Schrankwerk. Das nächste ist... Das nächste Upgrade ist dann das hier, ne? Ne, mach mal. Äh. Das nächste ist dann das Kugelumlauf. Kugelumlaufverfahren. Okay. Das hat zwei Sterne. Das hat zwei Sterne. Ja, das ist gut. Zwei Sterne haben wir noch. Und drei Sterne haben wir noch alle frei, also. So. Deine Energieproduktion ist da. Das nächste ist drei Sterne. Nein, das macht sogar bessere Ökobilanz für Kohlekraftwerke und 40% mehr Energieproduktion. Mhm. Also richtig gut. Ja. Gut, das heißt, jetzt habe ich keinen Energiemangel mehr, hoffentlich. Stimmt, für zyto-elektrische Kraftwerke würde ich eigentlich auch noch sowas in der Art erforschen, glaube ich. Äh. Ich habe noch ein Schwerwasserkühlsystem für Atomkraftwerke. Ja, weil wir gerade gar keine mehr und andere Dinge brauchen wir das nicht unbedingt. Ja, ne, das habe ich auch mal irgendwann erforscht gehabt, wo ich. Warum könntest du theoretisch mal auch in die Arche transferieren, das mache ich mal. Ein blödes Ding. Schnapp ich mir das mal und mach es mal hier hin. Wahrheitsministerium, so ein Scheißdreck. So. Mhm. Gut, jetzt habe ich hier, ah, jetzt habe ich 130 plus Energie. Gut. Das heißt, ich habe jetzt genug Energie für Atomraketen. Das ist doch gut. Das ist immer gut, ja. Was macht mein Schiff eigentlich hier? Das sollte Beton holen. Ach genau, da ist ja auch Beton. Hat es doch, hat es richtig gemacht. Ich baue jetzt hier, glaube ich, komplett viereckig, aber egal. Beton, 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 genau. Äh, warte mal, haben die hier Schild überhaupt noch? Ich glaube, die haben ja kein Schild mehr. Nee, da brauche ich noch einen Schildgenerator. Flack. Es kann ja wohl nicht sein, dass die Flughäfen hier gerade kein Schild haben. So. Das wäre ja auch nicht nach, ah, ich brauche bestimmt für dieses Flack noch, hm, ja, korrekt. Ah, das müsste ich hier aufwerten können. Ich mache doch auch mal dieses Atomkraftwerkteil rein, auch wenn wir gerade keins anhaben. Weil genug Platz ist. Kann ja noch raus machen, weil wir was anderes reinmachen wollen. Jetzt haben wir eigentlich genug Flughäfen. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Firebirds. So. Firebirds, Firebirds. Die Einnahmen gehen leider auch ein bisschen zurück, weil wir zu wenig Pharmazeutika haben. Ach nee, warte mal, ich habe nicht, ich habe nicht genug Karbon. Äh, warte mal, wo haben wir Karbon? Die Pharmazeutika-Fabriken laufen auf Hochtouren. So, jetzt müssen wir mich bald bei meinem Wahrheitsministerium brauchen, sonst wird das hier nichts mehr. Äh, Wahrheitsministerium, warum wollte ich so einen Scheißdreck? Das brauche ich jetzt irgendwo, wo es überhaupt keinen Sinn macht. So, Dankeschön. Jetzt musst du auch noch fünf Minuten stehen lassen. Dann stelle ich das noch auf weniger Kosten. Brauche ich noch Dinge? Jetzt brauche ich Karbon. Wo kann ich denn Karbon stehlen? Ah, von der Insel kann ich eigentlich auch schon Karbon stehlen. Von meiner Insel? Ah, von deiner Insel kann ich auch noch mehr stehlen. Ein bisschen mehr, ja. Also ich hoffe, 500 reicht dir. Ja, ich brauche halt Firebirds ohne Ende hier. Ja, ja. Nee, auf meiner Insel war immer die Karbonproduktion. Oh, jetzt wird mal wieder warten wir auf zwei Beton. Irgendwie kommt es mir so bekannt vor. Ich glaube, wir warten auf das auf zwei Beton. Ah, nee. Und immer für das gleiche verdammte Gebäude. Es warten wir auf einen Beton. Ich komme dir auch bekannt vor. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Wo bleibt mein Schiff hier? Das müsste das hier sein. Karbon ist scheiße. Ein Beton. So, zwei Stunden nehmen wir auf den Schiff. Dann müssen wir nur noch schauen, dass wir die Geschwader richtig befehlen. Und dann können wir auch schon bald einen Angriff starten. Jetzt schon? Bald. Also, Angriff würde ich eher dann in der nächsten Aufnahme-Session machen, oder? Ja, können wir eigentlich noch starten. Also, es dauert noch 22 Minuten, bis alle Atomraketen fertig sind. Okay. Wir müssen auch noch unsere Inseln schützen und so. Ja, also, meine Militärinsel ist geschützt und Flak habe ich eigentlich auch überall montiert. Ja, muss noch mal nachschauen, bei den Inseln. Speziell unsere Hauptinseln. Ah, stimmt. Bei der, wo der Tornado drüber gelaufen ist, da habe ich nicht nachgebaut. Da wurde ja was zerstört. Und meine Hauptinsel ist, glaube ich, auch noch gar nicht so geschützt eigentlich. Deine Hauptinsel, glaube ich, habe ich mich auch darum gekümmert, oder? Ich glaube fast, die ist nicht so gut geschützt. Warte. Ja. Was ist das hier? Ja, ich kümmere mich drum. Warte. Ach, das Scheiße. Ja. Firebirds. Au, ich habe gerade Erfolg bekommen. Ja, trennt. Geht zum Drittschiff. Richtig lustig. So. Hast du das auch gerade gesehen, dass ich einen Erfolg gekommen habe? Echt? Cool. Das sieht man so. Aber man sieht sich genau wegen Wars, deswegen. Okay. Ich sehe nur, dass du ihn verfolgt. Ich brauche mehr Hightech-Waffen. Wollen wir auch noch Hightech-Waffen? Auf meiner Hauptinsel? Ich glaube, ich. Hier müsste richtig sein. Und bei dir, bei deiner Hauptinsel, gucken wir mal. Ah, da ist auch noch Hightech-Waffen. Warte mal, bei dir werden, glaube ich, sogar produziert. Dann gehe ich kurz zu dir. Na. Dann habe ich jetzt hier auf der Militär-Insel, äh, äh, einen kleinen Spader hiervon. Wenn es fertig ist, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Auf der Militär-Insel, auf deiner sind es nochmal drei, sind fünfzehn. Und auf meiner anderen Insel habe ich, glaube ich, auch nochmal zwei, dann habe ich siebzehn Firebirds. Ach du Scheiße. Ach genau, ich muss die noch mit Modulen ausrüsten, am besten. So Unsichtbarkeitsmodule oder so wären natürlich noch ganz nice, ne? Ja. Oder solchen Schildmodulen. Ne, ich glaube, Unsichtbarkeit ist fast besser, oder? Das war ganz lustig, ja. Hier, der da, Meta-Material. Genau, gucke ich mal. Ah, stimmt, Meta-Material, das wollte ich auch noch forschen. Braucht aber Öl, äh. Ja. Ah, super. Egal, ein bisschen Meta-Material habe ich sogar. Ähm. Genau, Hightech-Waffen. Wo ist eigentlich mein Schiff jetzt auf einmal? Ach hier. Perfekt. So, Hightech-Waffen. Bräuchte noch ein Handelsschiff, ist eines von dir frei, was ich verwenden kann? Ähm, hm. Ne, bei mir ist gar nichts frei, wir brauchen neue Schiffe. Ich, boah, Mann. Ich bräuchte nämlich Munition, bräuchte ich noch. Um hier... ...überall Schutzgewehre zu prüfen. Ich hab wirklich kein Schiffrat zur Verfügung. Und deine Hauptdiense ist ja mal schön vollgebaut. Da fällt dir ein Stein vom Herzen. Nicht genügend Baumaterial. Äh, ne, aber... Überall gibt's nicht ein Baumaterial, oder? Ja, schlau. Wobei hier hinten ist auch noch gar kein Flack. Flackschutz... ...verhandlung. Fahrzeug fertiggestellt. Dieses Wettrüsten verlieren Sie. Ach was, wir bilden neue Militärsachen aus? Kann ich mir gar nicht vorstellen, so. Davon weiß ich ja gar nichts. Die moderne Bauweise erleichtert so manches, nicht? Selbstverständlich. So. So. Gut, jetzt sind die restlichen Firebirds auch noch... ...mach. Jetzt tue ich mir noch Metamaterial von überall her zusammenklauen. Hast du noch auf deiner Insel Metamaterial liegen? Weiß ich nicht, muss mal nachschauen. Ne, aber eine kinetsche Barriere... Na gut, die kann man auch zur Not noch verwenden. Ja, dann müssen wir halt bei manchen der kinetischen Barriere verwenden. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant. Sehr vorbildlich. Dann können wir Strindberg auch noch auslöschen. Sehr gut. Ich will keinen Mut. Und dann noch die Öko-Insel und dann sind wir fertig eigentlich mit dem, was wir machen wollen, oder? Ja. 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 Wir haben schon einiges, aber noch nicht alles. Die Konstruktionspläne dieses Gebäudes sind beeinflusst. Ah. Schaut mal hier. Jetzt haben wir... Wir brauchen gar keine Bauzellen mehr von dem Bau hier. Ah, mach nicht überall Grundlagenforschung. Da wollte ich eigentlich noch ein Kohlekraftwerk abmachen. Deswegen habe ich eins noch freigelassen. Äh, äh. Aber wir sind alle... Ah, nee, da ist noch eins frei. Da habe ich nämlich extra noch dran gedacht. Da dachte ich, ah, eins lasse ich mal noch frei. Das ist gut. Das spürt man. Hm. Dann... Die Intervention des Weltratspräsidenten ist abgelaufen. Ah, guck mal, jetzt kann man wieder, äh, Plus machen ohne Ende. Du kannst wieder die Plus, äh, Aktion einstellen, oder? Das habe ich schon gemacht. Ach, das ist gerade. Die ist ja nämlich gerade wieder ausgelaufen. Ach so. So, dann machen wir hier überall Metamaterial rein. Okay, wartet mal kurz. Wobei, eigentlich... Man, der kriegt ja keine Baustellenstoffe mehr, ne? So, wie viel Metamaterial habe ich noch übrig hier? Das habe ich jetzt... Jetzt gibt es wieder Baustellen. Das ist schön... Ein Stück... Ein Stück... Acht Stück mit Metamaterial. Da haben wir uns auch schon Baustufe 2 beim Öko-Monumenten haben. Aber hier eine kinetische Barriere sein. Dies ist zwar scheiße, aber... Zur Not ist es immer noch besser als nix. Fahrzeug fertiggestellt. Aha, perfekt. Neue Firebirds. Fahrzeug fertiggestellt. Äh, dö, 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 mh. So, das kriegt nochmal Metamaterial rein. Und der kriegt nochmal eine Barriere rein. Perfekt. Jetzt haben alle ihre Barriere so, wie sie gerne haben sollten. Und so weiter. Die Barriere. Jetzt sind die Firebirds da unten ausgestattet mit allem, was man braucht, so. Sehr gut. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar wollte ich hier... Ah, es wird mehr, aber... Da müssen wir eigentlich nur noch die Ziele wählen. Nicht nur den Strategieplan. Ja. Okay. Also wir können neun... Die laufen alle auf voller Kanne. Wir haben neun Tarnkappen-Bomber. Mit denen können wir ja ungesehen ins Gebiet bomben. Die sollten wir möglichst gut platzieren, um dann gleich angriffen zu können. Das heißt, es ist... Und dann haben wir noch die ganzen Atomraketen. Die können ja auch instant... So eine Art neun... Circa neun Atomkraftwerken-Ding. Dann haben wir vier Atomraketen. Mit denen können wir, äh... Auch nochmal jeweils ein Konter auslöschen. Ja. Das heißt, wie viele können wir... 13 Kontore können wir auslöschen, oder? Das heißt, wir können 13 Kontore auf einmal auslöschen. Und mit dem Rest müssen wir halt mit den kinetischen Barrieren rein in dieses Land. Das könnte ein bisschen hakelig sein. Achtung, Produktionsstillstand. Weil die könnten uns abgeschossen werden, weil der hat auch Flak-Abwehr und alles. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir möglichst nicht viel Land überfliegen, sondern dass das möglichst irgendwo am Küsten nah ist, wo wir ziemlich schnell hinkommen. Also, ein bisschen mehr.